Dann sprach Old Major Wie ist die Natur dieses unseres Lebens? Seien wir ehrlich, unser Leben ist elend, mühevoll und kurz. Wir bekommen gerade so viel Futter, dass uns die Puste nicht ausgeht und werden bis zur äußersten Anstrengung zur Arbeit gezwungen. Freunde, die Antwort auf all unsere Probleme liegt in einem einzigen Wort. Mensch, hört nicht hin, wenn Sie sagen, Menschen und Tiere hätten ein gemeinsames Interesse. Der Mensch dient dem Interesse keiner anderen Kreatur außer seinem eigenen. Alles, was auf zwei Beinen geht, ist ein Feind. Alles, was auf vier Beinen geht oder Flügel hat, ist ein Freund. Alle Tiere sind gleich, alle Tiere sind Geschwister. Und jetzt? Die Mutter von Westen Nein, es ist ein Queen. Du bist nicht in ihrer Untertitel. Und jetzt? Ja, ich habe ein gute Vorrichten.